Ja, Shalom mein Freund und Friede sei mit dem Namen Jeschua des Messias. Ich bin Zifo Konola und unser Thema in diesem Video ist die Frage, bist du erlöst? Wenn du Fleisch und Blut bist und du schaust dir dieses Video jetzt gerade an, dann liegt die Antwort klar auf der Hand, du bist noch nicht erlöst. Deine Erlösung wartet noch auf dich, sofern du jetzt Glauben hast an den Sohn Gottes, Jeschua HaMashiach, Jesus der Christus und wandelst in seinen Wegen. Dann steht dir die Erlösung bevor und du kannst sicher sein, dass du die Erlösung bekommen wirst. Demnach ist die Erlösung ganz simpel, der Tag, wo du und ich Fleisch und Blut hinter uns lassen, um in die Verherrlichung hineinzugehen. Der einzige Mensch, der dieses als Prototyp vorweist, ist der Sohn Gottes, Jeschua HaMashiach, Jesus Christus. Er kam auf diese Welt als Fleisch und Blut, hat sich geopfert, ist dann gestorben, ist aufgestanden und ging dann in seine Herrlichkeit zurück, die er hatte bei dem Vater, ehe die Welt war. Das liest du aus Johannes Kapitel 17 Vers 5, was Jeschua sagte, das Vater verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das heißt, diese Herrlichkeit hatte Jeschua zuvor. Er gab sie für eine Zeit auf, um auf die Erde zu kommen, um als Erlöser hier sein Leben aufzugeben und ging dann in seine Herrlichkeit zurück. Und dieses steht allen bevor, die jetzt an ihn glauben und seinen Weg bewahren. Ich hoffe, dass das Sinn macht, denn ich würde es nochmal gerne einmal wiederholen. Deine Erlösung ist erst an dem Tag vollkommen, das heißt, sie tritt dann erst ein, passiert erst an dem Tag, wo wir, wo du und ich Fleisch und Blut hinter uns lassen, wir werden diesen Leib ablegen, der wird verwandelt werden und dann bekommen wir einen neuen Leib, der unsterblich ist. Das ist die Erlösung. Auf das fiebern wir und eifern und kämpfen hin und haben jetzt den Lebensweg in dem Glauben an die Schuhe zu bewahren. Dies mag für manche kontrovers sein, denn viele haben es gelehrt bekommen, dass es kann nichts mehr passieren. Manche glauben sogar, dass du bist jetzt bereits erlöst. Das ist ein Widerspruch. Erlösung nach der biblischen Definition heißt an dem Tag, wo wir nicht mehr sterblich sind. Der Weg zu der Erlösung, zu der Verherrlichung ist, Fleisch und Blut hinterzulassen. Jetzt erinnerst du dich an die Geschichte aus der Tora, der Bericht, dass Adam hätte sich ausstrecken können, um von dem Baum des Lebens zu essen und wäre direkt in die Verherrlichung gegangen. Der Grund, weswegen der Allmächtige den Adam aus dem Garten Edel vertrieb, ist, damit er sich nicht mehr ausstrecken kann nach dem Baum des Lebens, nachdem er von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bereits gegessen hatte. In diesem sündhaftigen Zustand kann Adam jetzt nicht weiter in die Ewigkeit kommen und deswegen muss er vertrieben werden, bis der Erlösungsplan komplett ist, um dann am Ende der Zeit den Baum des Lebens wieder für alle zu öffnen, die an Jeschua glauben. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Also, wenn du Fleisch und Blut bist, bist du jetzt noch nicht erlöst. Du wartest auf deine Erlösung, sofern, jetzt kommt der zweite Part, sofern du Glaube hast, du hast den Glauben an Jeschua, den Messias, Jesus der Christus, dass er der einzige Weg ist, wie du diese Erlösung bekommst. Das bedeutet, dass du weißt, dass du bist ein Sünder und kehrst von deinen Sünden um, denn nachdem wir reingewaschen worden sind, wird uns jetzt auferlegt, diesen Weg bis zum Ende zu bewahren, dann steht uns in der Tat der Erlösung nichts im Wege. Ich hoffe, dass das für dich Sinn macht. Keiner ist bis jetzt erlöst, wir warten darauf auf die Erlösung. Kommen wir zu der nächsten Frage. Ist es denn möglich, diese Verheißung der Erlösung zu verlieren? Jetzt macht es natürlich Sinn, dass wenn wir noch nicht erlöst sind, dass wenn wir jetzt erst auf die Erlösung warten und es gibt eine Bedingung dafür, diese Erlösung zu bekommen, das ist die nächste Stelle, wo manche Menschen sagen, wenn das ist so kontrovers, es gibt nichts mehr, was passieren kann, dass du diese Erlösung erreichst. Für viele ist es schon ein gegebenes Ziel oder eine gegebene Tatsache, dass die Erlösung, egal was jetzt noch passiert in ihrem Leben, auf jeden Fall auf sie wartet. Das findest du in keinem Vers in der Heiligen Schrift. Die Bibel verknüpft die Erlösung an der Bedingung, den Glaubensleben in Jeschua bis zum Schluss zu bewahren. Das bedeutet, dass wir uns jeden Tag neu überprüfen, ohne Angst und ohne Furcht, denn wenn wir von ihm berufen worden sind und wir wissen, dass sein Geist bei uns ist, dann wissen wir, dass die Fehler, die wir machen, die Sünden sind, dass die uns vergeben werden, weil wir lernen aus dieser und wir beschließen durch seine Kraft und nehmen uns vor und setzen das auch in der Tat um, nicht mehr weiterzuführen, nicht mehr auszuleben, diese Fehler, diese Sünde. Okay, das ist der Unterschied. Also, noch keiner ist bis jetzt erlöst, wir warten auf den Tag der Erlösung. Kriegen wir das hier biblisch bestätigt, dass die Erlösung erst zum Schluss ist, das schauen wir uns hier mal an. Ich lese mal hier ein, zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1 und ich fange mal zu lesen aus Vers 5 und der Apostel Petrus sagt, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben, das haben wir vorhin gesagt, jetzt hier zu dem Heil, ich wiederhole es nochmal, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, okay, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Jetzt brauchen wir nicht hin und her zu reden, ob es jetzt metaphorisch ist, ob es eine Allegorie ist, ob es Bildersprache ist, das ist ganz klar, was der Apostel hier sagt, dass der Weg zum Heil ist der Weg durch den Glauben, er meint den Glauben an Jesus Christus, Jeschua, Maschiach und die Erlösung, das Heil wird offenbart in der letzten Zeit, das heißt am Ende des Zeitalters. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, denn das ist der Weg der Erlösung, der Weg des Glaubens, dass Anfechtungen dazugehören, ist ein schmaler Weg, nicht der breite Weg, der bequem ist, damit die Bewahrung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe, bei der Offenbarung Jeschua, Messias. Macht das Sinn? Das heißt, unsere Erlösung, die Hoffnung der Erlösung, wird dann zur Wahrheit werden, wenn wir bis zum Schluss treu gefunden werden, und werden diese Erlösung bekommen, bei der Offenbarung des Messias. Jetzt hier in Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und das ist der Glaube an ihn, ob wir ihn noch nie gesehen haben, den Messias. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn, das ist der abschließende Vers, den ich hier möchte, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon trägt, die Errettung der Seelen, oder davon tragt, die Errettung der Seelen. Okay? Wenn ihr das Endziel eures Glaubens, das heißt, das Endziel eures Glaubens, das Endziel unseres Glaubens ist die Errettung unserer Seelen, denn wenn das Fleischliche, Fleisch und Blut verwandelt wird, und es bekommt die Verherrlichung, dann ist es fix und es kann nichts mehr passieren. Ab dem Moment sind wir erlöst. Ab dem Moment haben wir den guten Kampf gekämpft und es kann uns in der Tat nichts mehr passieren. Wenn es so einfach wäre, würde der Apostel Paulus diesen prägnanten Vers hier in dem Brief nicht geschrieben haben. Das ist Philippa Kapitel 2. Ich habe ihn schon öfter zitiert in meinen Videos. Und hier in Vers 12 steht drin, Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit verwirklicht eure Rettung, damit meinte die Erlösung, mit Furcht und Zittern. Jetzt wollen wir mal praktisch dazu der Frage kommen, was bedeutet es zu verwirklichen? Wie kann ich meine Erlösung verwirklichen? Es ist nicht ein Geschenk, wie uns heute oftmals gelehrt wird? Ist es nicht irgendwas, wofür wir nichts machen können? Wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise bemühen würden, wäre das nicht schon Werksgerechtigkeit? Hast du vielleicht schon mal solche Argumente gehört? Manche Menschen wissen wirklich nicht, wovon sie sprechen, wenn sie sowas da auch verkünden. Dass sie sagen, wenn du jetzt versuchst, dich zu bemühen, den Glaubensweg zu bewahren, ist das schon Werksgerechtigkeit? Meine Frage wäre, was ist die Alternative? Wäre ein sorgloses Leben, wo wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, was wir tun, was wir sagen, wie unser Wesen ist, ist das der Weg des Glaubens, wo Paulus sagt, dass wir sollen den Weg des Glaubens gehen, unsere Erlösung, unsere Errettung bewirken, an ihr Arbeiten mit Furcht und Zittern, das wäre ein Widerspruch. Wir werden es noch in der Heiligen Schrift klären. Lass uns noch mal ein paar weitere Verse anschauen, wo halt wir es rauslesen können, dass die Erlösung ist eine Sache, die noch in der Zukunft passieren wird. Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2 und in Vers 10, hier steht drin, darum ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen, Paulus schreibt hier gerade, damit auch sie die Errettung erlangen. Das ist noch zukünftig, dass sie es bekommen. Die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Das ist, was Paulus sagt, dass er ertragt, er erträgt alles standhaft, um der auserwählten Willen. Jetzt merkt ihr mal hier diese Wortzusammenspielung. Die Auserwählten sind die, die bereits die Verheißung der Erlösung haben. Um dessen Willen ist er standhaft, damit die Auserwählten, nicht die Sünder, die noch zum Glauben in Jeschua Messias finden müssen. Paulus ist standhaft, wegen den Auserwählten, dessen Willen, damit die die Erlösung erlangen. Es ist doch ganz klar, dass es noch eine zukünftige Aktion ist. Etwas passiert noch in der Zukunft. Die Verheißung der Erlösung, die wurde bis jetzt gegeben. Aber bis jetzt ist noch nie ein Mensch erlöst worden. Die Patriarchen, die im Glauben gestorben sind, haben die absolute Sicherheit, dass sie sie bekommen werden. Für uns, die wir jetzt noch leben, müssen wir einen ähnlichen Lauf leben, um eines Tages entweder hier noch am Leben zu sein, wenn Maschiach Jeschua wiederkommt, um uns die Erlösung zu geben, oder wenn wir zuvor sterben, in der Zuversicht, dass wir die Erlösung bekommen, weil unser Glaubensweg entsprechend des Evangeliums war. Das ist die biblische Definition der Erlösung. Nichts anderes. Es gibt nicht die These, dass einmal wurde ein Vers aufgesagt, wodurch jemand, der zum Glauben gekommen ist, lebt nun ein ganz normales, säkuläres Leben weiter, und ist sich aber dessen bewusst, dass er erlöst wird, weil in Römer Kapitel 9 steht drin, dass wenn du mit dem Mund bekennst, dann bist du ein Gläubiger. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir werden den Glaubensweg bis zum Schluss bewahren müssen. Ein Vers noch dazu, dazu, dass die Verherrlichung erst zum Schluss ist. Ich lese mal aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, und da auch nur ein Vers. Und hier lesen wir, hier in Vers 28, So wird der Christus, also Messias, so wird Messias, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, das ist die Erlösung, der Opfertod des Messias, garantiert die Vergebung der Sünden, dann Kraft durch den Heiligen Geist von Erlösung der selbigen Sünden, nun die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Leben hier zu führen, nicht mehr in den selbigen Sünden, um dann am Ende des Zeitalters die Erlösung zu bekommen, die dann halt bedeutet, dass Fleisch und Blut abgelegt wird und weil man für treu erfunden wurde, bekommt man dann die Verherrlichung, ein Leib so ähnlich wie Jeschua ihn hat. Das ist die biblische Definition. Wir lesen weiter. Zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Zum zweiten Mal kommt er und bringt das Heil mit sich für die, die auf ihn warten und die sich bereitet haben. Wenn jetzt die Erlösung bis zum Ende ist, wollen wir mal schauen, gibt es dann Bedingungen, um diese Erlösung auch sicher zu bekommen. Vorweg fällt mir nochmal hier dieser Vers ein, den lese ich mal vor. 1. Johannes Kapitel 5 und wir schauen mal, was da drin steht, was der Apostel Johannes, der Geliebte des Messias, hier sagt. In Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Der spricht natürlich von der Erlösung, denn Fleisch und Blut kann nicht ewiglich leben. Spricht davon, dass ihr wisst davon, dass ihr das ewige Leben habt. Die Bedingung zuvor war, dass ihr die an den Sohnes Gottes glaubt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich lese den Vers noch einmal durch. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es ist ein beständiger Weg, ein Prozess, der nie aufhört, bis zum Tag, wo wir wirklich vor ihm stehen und dann gehen wir in seine Ruhe ein. Das haben wir auch erklärt in dem Video die Sabbat-Prophetie. Da kannst du dir das mal anschauen, hier. Und in diesem Video haben wir auch das erklärt, dass der Sabbat ist der Tag, auf den wir warten. Das ist die Regentschaft des Messias. Das ist, wann er wiederkommt, um sein Reich aufzustellen. Und sogar erst danach wird es die Erlösung geben, denn im tausendjährigen Reich wird es noch Fleisch und Blut geben und wir wissen, dass Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Nun dazu kurz eine Analogie, was das Fleisch bedeutet. Wenn wir jetzt hier sagen, wir sind menschlich, das ist was ja Fleisch und Blut jetzt auch hier für uns das heißt. Wenn wir menschlich sind, wir sind halt hier noch in einem irdischen Körper, heißt es, dass dieser abgelegt werden muss, um die Verherrlichung zu bekommen. Und sinnbildlich ist es so, dass die Werke des Fleisches, das, was das Fleisch machen würde, aus sich heraus, ein sündhaftiges Wesen, weil wir sind sündhaftig, wir leben noch in diesem feindlichen, in dem feindseligen Körper, haben jetzt die Kraft des Geistes bekommen durch Jeschua, um die Werke des alten Menschen zu kreuzigen. Je öfters und je mehr und je geübter wir dies machen, sichern wir unsere Lösung, welches uns überhaupt nur möglich war, weil Jeschua uns vergeben hat, weil wir zu ihm gerufen haben, richtigerweise, auch wie es im Römer steht, und bekannt haben, dass er der Herr ist, und bekommen jetzt Kraft, um zu leben wie er. Mit diesem gehen wir jetzt voran, um in der Endzeit vor ihm stehen zu können, denn sein Blut und seine Kraft gibt uns Zeugnis darüber, dass wir in ihm gewandelt sind. Nun werden wir Fleisch und Blut ablegen, was wir die ganze Zeit schon getan haben, denn sinnbildlich haben wir die Werke des Fleisches abgetan, um halt in die Helligkeit zu gehen. Und deswegen sagen wir auch, wir sehen es bestätigt in der Bibel, dass Paulus schreibt, das Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben, denn die, die das Werk des Fleisches tun, können die Verherrlichung nicht bekommen, denn es war die ganze Zeit klar, dass die Kraft des Messias nicht in ihn wirkte. Dazu lese ich hier nochmal ganz kurz ein Vers aus Römer in Kapitel 8. Es ist kein Verdammnis mehr für die, die was? Die in Jesus Christus, in Jeschua, Maschia sind, die nicht gemäß dem Fleischwandel, sondern nach dem Geist. Hier Römer Kapitel 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleischwandel, sondern gemäß dem Geist. In Vers 13 wird er hier sagen, dass, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Du lügst, wenn du in Unzucht, Hurerei gefunden wirst und das ist dein aktives Leben, dann wirst du sterben, sagt die Bibel. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn der Geist ist der Einzige, der die Kraft hat, uns Macht zu geben über die sündhaftige Natur. Macht das Sinn? Deswegen sind viele Leute verwirrt, dass sie sagen, ich bin doch jetzt im Glauben, aber warum habe ich immer noch so eine starke Neigung zu sündigen und tue diese auch? Bin ich denn überhaupt erlöst? Und da müssen wir uns wirklich fragen, ist Erlösung wirklich passiert, wenn da keine Kraft ist, gegen die Sünde zu gehen? Das abgewässerte, seichte Evangelium von heute, liebe Freunde, dass Jesus versteht schon, dass du ein sinnhaftiger Mensch bist, das wird dich nicht weiterbringen, wenn du nicht bekennst, dass auch Kraft da ist, um diesen alten Menschen auch zu kreuzigen. Wenn jemand im Fleisch lebt, nach die Werke des Fleisches geht, wird es für ihn keine Erlösung geben. Das ist nun mal, was die Bibel sagt. Unsere Hoffnung ist, Menschen zu ermahnen, von diesem verkehrten, verdrehten Evangelium zurückzukehren, um die Wahrhaftigkeit des Evangeliums auch zu leben, um halt eines Tages mit dem Messias zusammen zu sein. Okay, also, wenn es klar ist, dass die Erlösung erst zum Schluss ist, gibt es denn wirklich anhand der Schrift Belege dafür, dass es eine Bedingung gibt? Was ist denn die Bedingung? Da wird vielleicht jemand jetzt, der eine andere Lehre da hat, da konträr gehen. Vielleicht wurde er anders gelehrt und würde jetzt sagen, das stimmt nicht, Steve, was du hier erzählst. Es kann keine Bedingung geben. Die erste Sache ist doch schon, dass man den Herrn Jeschua als Messias anrufen muss, das ist schon mal die erste Bedingung. Wir kommen eines Tages zu dem Thema, so der Herr es schenkt, was bedeutet Werksgerechtigkeit? Denn viele verwechseln, deine Erlösung zu sichern durch den Heiligen Geist mit Werksgerechtigkeit. Die Kurzfassung ist, dass Werksgerechtigkeit bedeutet, man versucht, meinetwegen sogar aus der Bibel, Werke zu tun, aus sich heraus, um dadurch eines Tages vor Gott gerechtfertigt zu werden, ohne die Vergebung der Sünden, die nur passieren kann durch das Blut des Messias Jeschua. Das ist, was Werksgerechtigkeit bedeutet. Dadurch kann in der Tat keiner erlöst oder gerettet werden. Aber gibt es eine Bedingung, diese Erlösung eines Tages zu bekommen? Hören wir mal, was der Meister, der Messias Jeschua, der ja diese Erlösung überhaupt erstmal anbietet, was er dazu sagt. Johannes Kapitel 8 und zwei Verse. Vers 31 steht drin, da sprach Jesus, sprach Jeschua zu den Juden, die an ihn glaubten. An der Stelle müssen wir doch schon aufhören nach der heutigen Lehre, die wir hier so haben, dass die glauben doch schon. Manche Menschen sagen, ich glaube an Jesus. Und das sichert mir die Passage, den Zugang ins ewige Leben. Ein verdrehtes Denken, liebe Freunde. Wir können gleich sehen, was der Messias sagt. Also die Juden, die er adressiert, glauben bereits an ihn. Da sprach Jeschua zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das große Wenn, das wollen wir unterstreichen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das ist die Bedingung. Wenn ihr in dem Wort bleibt, ihr habt mich angenommen als Messias, bekommt da die Verheißung, die ich euch versprochen habe, auch leibhaftig zu spüren, dass der Geist in euch wohnen wird. Und wenn der Geist in euch wohnen wird, dann werdet ihr jetzt fortan die Werke des Fleisches, Zorn, Geiz, Übermut, Ambition, Ehrgeiz, etc. Zorn, Lästerung, all diese ganzen Dinge des Fleisches, die wird ihr kreuzigen, mehr und mehr. Ihr wird wachsen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Du wirst durch viele Instanzen lernen und lernen, diese Sachen abzulegen. Gott wird dir mehr und mehr offenbaren, was noch in dir ist, was in mir ist, dass wir mehr und mehr so werden, vom Wesen her, wie Christus, wie Jeschua, Messias. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben, dann werden wir eines Tages auch verherrlicht. Wir gucken uns noch zum Abschluss an, was sogar noch passieren muss, nachdem wir schon einen solchen Weg gehen und dann halt danach nochmal die Verherrlichtung zu bekommen. Also Jeschua sagt ganz klar, dass wenn ihr in meinem Wort bleibt, jetzt sagt er in Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Dass die Wahrheit uns freimacht. Die Wahrheit darüber, dass wir noch nicht am Ende sind, sondern wir sind noch dabei, diesen Glaubensweg zu leben. Deswegen sagt auch Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf. Warum muss da ein Kampf gekämpft werden, wenn es so einfach ist, wie es heute propagiert wird? Ich hoffe, dass es Sinn macht. Lass uns nochmal einen Vers lesen. Kolosser Kapitel 1, und du wirst kein Vers dafür finden, in der ganzen Bibel, dass einmal das Aussprechen des Namens des Messias garantiert dir ohne weiteres, das ist der Anfang, aber das heißt, dass es Ende ist, den Zugang ins ewige Leben. Kolosser Kapitel 1 und hier in Vers 23. Lass uns mal auf Vers 22 oder 21 lesen. Auch euch, er spricht zu einst einzigen Heiden, die mal ungläubig gelebt haben, die jetzt zum Glauben gefunden haben, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Ihr wart einst in diesen bösen Werken, aber ihr tut diese bösen Werken nicht mehr. Er hat jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen zu seinem Angesicht. Macht das Sinn? Mashiach stirbt, gibt uns die Verheißung des ewigen Lebens, wäscht uns rein, gibt uns Kraft, nicht mehr auf den verkehrten Weg zu gehen, damit wir nicht eines Tages in einem Gerichtssaal erscheinen müssen, worüber er der Richter ist. Macht das Sinn? Mashiach als Richter dieser Welt ist ein Tod, ein Opfertod gestorben, um uns davon zu erlösen, um uns von einem Zorngericht, um uns von einem Gerichtsurteil zu erlösen, welches erfallen wird, auf die, die die bösen Werke tun. Erlösung bekommt da eine ganz andere Natur, einen ganz anderen Charakter, wenn wir es aus diesem Blickwinkel betrachten. in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das macht er. Er macht uns tadellos, legal, weil sein Opfertod ist ein legaler Prozess gewesen, den hat er legal vollbracht. Er bringt uns legal aus diesem Sündenwesen raus, um uns jetzt vorzubereiten, damit, wenn wir vor ihm stehen, auch unverklagbar sind. Wir werden rein sein vor ihm und so kann das Gesetz uns nicht richten, weil wir sind durch sein Blut reingewaschen. Das ist der Unterschied. Jegliche Fehler, die wir noch machen, die machen wir nicht mit der erhobenen Hand. Fehler, die wir noch machen auf dem Weg, wir sind bußfertig, um die schnell zu bekennen vor dem Allmächtigen, denn wir haben ja tagtäglich mit ihm ein Gebet und Austausch und alles, was wir falsch machen, bekennen wir vor ihm. Der Geist bewirkt es, dass wir es auch tun, damit es uns bewusst wird, damit wir immer heiliger und reiner wandeln. Jetzt hier Vers 23. Wenn ihr nämlich, also das alles, was Paulus sagte, erlöst und versöhnt und durch den Tod seines Leibes und wenn ihr das alles auch in Anspruch nehmen möchtet, dann gilt diese Bedingung, Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich blende diese ganzen Textstellen hier auch unten hier ein, damit du die auch nachlesen kannst in deiner eigenen Bibel zu sehen, dass das, was ich hier sage, ist das, was die Bibel hier verkündet. Die Bedingung ist, Glaube durch den Messias Jeschua und ein Abkehren von den bösen Werken, um einen Glaubensweg in Heiligkeit auf einen schmalen Pfad zu gehen, um am letzten Tag vor dem Allmächtigen unverklagbar stehen zu dürfen, um dann in die Verherrlichung, in die Erlösung zu gehen. Die Erlösung ist erst zum Schluss. Macht das Sinn? Ich lese dir noch ein paar andere Verse vor. Hier in Hebräer nochmal, Kapitel 3. Also ich kann dir ganz viele Verse da vorlesen, die dieses Thema bestätigen, aber ich möchte dir einfach hier mal mehr als eine Handvoll darbieten, um diese falsche Lehre, die heute hier kursiert, da auch zu entkräften. Hebräer Kapitel 3, Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Immer wieder. Wenn du es bis zum Ende, wenn du im Glauben bleibst, wenn diese Hoffnung in uns bleibt. Das ist das Evangelium. Römer Kapitel 11, ein weiterer Vers. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift, liebe Geschwister. Römer 11, Vers 22. Hier geht es halt um den Ölbaum. Der Ölbaum ist Israel. Was sind mit den Heiden, die jetzt dort eingepropft sind? Wie soll ihr Verhalten sein? Etc. Jetzt hier ein Vers. So, Vers 22. Sieh nun die Güte und die Stränge Gottes, die Stränge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Sofern ich bei der Güte bleibe, sonst wird der Mensch, sonst werde ich abgehauen. Was sagt der Apostel Paulus zu der Thematik der ewigen Erlösung? Also, wenn irgendjemand die Heilige Schrift verstanden hatte, dann war es sicherlich der Apostel Paulus. Der wusste, von woran er, was er sprach. Er selbst gab zu in seinen Briefen, den Messias Jeschua gesehen zu haben in einer Vision. Lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 9. Und jetzt dieser Paulus, der so einen harten Lebensweg auch hatte im Glauben, eine ganz enge Pforte, ist er da durchgegangen. Er musste doch sicher sein, dass ihm nichts mehr passieren kann. Denn bei diesem Dienst, den er gemacht hat, müsste er eigentlich jede Zeit immer sicherer gewesen sein, dass ihm nichts mehr passieren kann. Mal schauen, was der Apostel dazu sagt. Erste Korinther Kapitel 9 in Vers 26. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus ist doch hier schon längst erlöst nach der heutigen Lehre. es kann doch nichts mehr passieren. Er sagt, er bezwingt sein Leib. Warum bezwingt er sein Leib? Weil sein Leib ist der einzige, nicht der Leib des Anderen. Nicht der Leib deiner Mutter bringt dich ins Verderben. Nicht der Leib deines Vaters, weil er nicht sein Glauben teilt. Nicht der Leib deiner eigenen Frau, weil sie mit nicht einverstanden ist. Das Einzige, was dich ins Verderbnis bringen kann, ist dein eigener Leib. Dein Fleisch. Mein Fleisch. Deswegen sagt Paulus, ich bezwinge und beherrsche mein Leib, damit ich nicht verwerflich werde, nachdem ich schon so viel verkündigt habe. Das würde bedeuten, dass wenn Paulus die Wahrheit verkündigt hätte an vielen Menschen und selber nicht in diesen Werken geblieben wäre, nach seinem eigenen Brief, wäre er verwerflich, verworfen gewesen. Aber wir wissen aus dem zweiten Timotheusbrief, dass Paulus geht mit guter Zuversicht, beendet hier sein Leben auf der Erde, weil er wird hingerichtet und er weiß, dass er wird das ewige Leben auch bekommen. In Kapitel 4, zweiten Timotheusbrief, lesen wir in Vers 6, denn ich werde schon geopfert, das sind so die letzten Zeilen, die er so schreibt, einer der letzten Briefe, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen wird. Siehst du, er redet auf einem zukünftigen Zeitpunkt. Zwar das Thema hier kann auch sein, dass Leute glauben, wenn sie sterben, sie gehen in den Himmel. Das passiert auch nicht. Er wartet auf die Auferstehung am letzten Tag, an jedem Tag zu erkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und die, die die Erscheinung des Messias lieb gewonnen haben, das bedeutet, dass die, die auf sein zweites Kompf warten, bereiten sich jetzt gerade vor. Ich könnte dir ganz viele Verse dazu lesen. Wir fallen auch, während ich mit der Spreche, immer mehr Verse ein, aber wir wollen es auch ein bisschen kompakt halten, weil im Johannesbrief lesen wir, dass die, die halt seine Erscheinung lieben, bereiten sich vor. Die Hoffnung dessen, dass er kommt, reinigt mich. Und weil ich weiß, er kommt eines Tages, reinige ich mich von allen Übertretungen. Ermahnungen nehme ich jetzt mit Kusshand an, wenn sie von einem Gerechten kommen, Psalm 133, weil der Gerechte wurde mir zur Seite gestellt, um mich zu ermahnen, damit ich meine Wege, meine Lebenswege auch verlasse. Nun bist du halt in dem Glauben, hörst du, dass jemand sagt, dass er steckt, aber noch in so vielen Sachen drin. Ich rede jetzt hier nicht, hier aus der Luft. Es sind wirklich Beispiele, wo jemand da noch in Hurei verstrickt ist und erlebt dieses. Nicht, dass er da Buße tun möchte, aber er sagt, das ist halt ein Lebensweg, er kann nicht anders. Und er glaubt, aber eines Tages wird erlöst werden, denn der Herr wird schon Gnade haben. Mein Freund, wenn du so denkst, dann bist du auf dem Weg in die ewige Verdammnis, weil im 1. Korinther 6 steht drin, dass all die, die diese Dinge machen, sollen nicht getäuscht werden, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Wir sollen mit Furcht und Zittern hier unsere Erlösung bewirken und von den toten Werken, von den boshaftigen Werken auch umkehren. 1. Korinther 9, Kapitel 6, hier lesen wir, dass Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reiches Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Warum sagt er, irrt euch nicht? Weil viele sind verirrt. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Debe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die können das Reich Gottes nicht erben, denn die erfüllen die Bedingungen nicht, um das Reich Gottes zu erben. Da wird der Nächste jetzt wieder sagen, kontroverse Lehre. Was lehrt dieser Steve? Hast du vielleicht schon mal oft gesehen, dass jemand sagt, was lehrt denn überhaupt dieser Mann, der sich Steve nennt, für Sachen, die wir noch nie gehört haben? Die Sachen, die ich dir lehre, die stehen in der Bibel drin. Du kannst es nachvollziehen, du kannst es nachlesen und überprüfen, ob das, was ich dir sage, ob das stimmt. 1. Korinther 15, Vers 1, ich erinnere euch, ich erinnere euch, aber ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Wieder immer diese Bedingung, indem ihr auch feststeht, dieses Evangelium, wenn ihr bis zum Schluss es behält und so weiter. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Immer wieder kommt das vor. Nochmal, ich erinnere euch, aber ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. So, ein Vers noch dazu, Philippa Kapitel 1, immer wieder liest du diese Bedingung, wenn du bis zum Schluss es bewahrst. Denk nochmal an, Hebräer Kapitel 3, Vers 14, sehr aussagekräftig. Hier Philippa Kapitel 1, in Vers 27, Nur führt euer Leben würdig das Evangelium von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Ganz klare Aussage. Wenn er davon hört und auch sicher ist, dass ihr in diesem Evangelium, welches er gepredigt hat, auch bleibt. Epheser Kapitel 4, Vers 1, So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, Paulus war hier zu dieser Zeit in der Gefangenschaft, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also, er mahnt ständig und stetig, dass wir sollen darauf achten, dass unser Wandel dem entspricht, was der Herr Jeschua uns offenbart hat und weiterhin bestätigt hat durch seine heiligen Apostel. Hebräer Kapitel 5, Vers 9, nochmal ein Vers, hier steht drin, und nachdem er zu vollend und gelangt ist, Jeschua ist in die Vollendung, in die Verherrlichkeit, in die Verherrlichung, in die Herrlichkeit zurückgekehrt, das, was uns vorbesteht, wenn wir seine Wege bewahren, ist er allen, die ihm gehorchen, wieder hier diese Bedingung, allen, die ihm gehorchen, nicht allen, die ihn nennen, per Name und sagen, ich kenne Jesus, sondern allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also, klare Bedingungen, wenn ich auf dem Weg bleibe. Was heißt es denn, auf dem Weg zu bleiben? Das heißt, ein ständiger Kampf gegen das Fleisch, die Ordnung zu leben, wie ich es leben soll. Fangen wir mit der wichtigsten Beziehung auf Erden an, Mann und Frau. Wenn du verheiratet bist, hast du hier eine wunderbare Chance bekommen vom Herrn, denn diese Beziehung wird dich stärken, sofern, auch wieder, sofern du es lebst, wie der Herr es sagt. Lebst du in Unzucht, in Pornografie, wirst du in die ewige Verdammnis gelangen, denn das ist das Wort Gottes. Er wird gegen alle Übeltäter, die hier auf Erden hier dieses Leben, ein solches Leben, solche Werke ausführen, er wird sie vertilgen, er wird sie vernichten. Wir möchten aber nicht ins Zorngericht des Allerhöchsten, deswegen haben wir den Namen des Allerhöchsten, den Sohn Jeschua, angerufen und wurden erlöst und in dem Moment vergibt er uns und er weiß sehr wohl drum, dass der Weg, der vor uns ist, das wird ein Kampf sein und manchmal machen wir Fehler. Die Tora, das Gesetz Gottes, gibt es schon vor, dass wenn jemand, der in einem Bund ist mit dem Allerhöchsten, Vergebung erbitten kann, weil er tut es nicht aus der erhobenen Hand, er geht nicht mit der Einstellung hervor, dass er kann jetzt machen, was er will, denn der Bund sichert ihm alle Freiheiten. Das ist, was du heute hörst. Der Bund in Jeschua sichert dir alle Freiheiten, das zu tun, machen zu können, was du möchtest. Eine falsche Lehre, sondern auf einen heiligen Weg zu wandeln. Dann nimmst du die erste Beziehung, die wichtigste, die es gibt, Mann und Frau, ist die erste Beziehung, die zwischenmenschliche, die in der Bibel beschrieben wird. Eine Ehe, erst der Adam, dann die Frau, dann gab es eine Ehe. Das heißt, du siehst diese zentrale Position. Glaubst du, dass diese Beziehung in unserer heutigen Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise angegriffen wird? Meinst du, dass diese heilige Beziehung, meinst du, die wird vom Feind angegriffen? Wie viele Ehen siehst du denn heute, die nach der Weise des allerhöchsten Wandels? Da fängt es schon mal an. Du als Ehefrau, geh in die Bibel, Sprüche 31, Titus Kapitel 2, Vers 5, und fang mal an zu schauen, was sind meine Bedingungen, nicht was die Welt mir vorgibt? Was sind die Voraussetzungen, anhand der Bibel, eine göttliche Frau zu sein? Was sind die Voraussetzungen eines Mannes, um einen göttlichen Mann zu sein? 1. Mose 18, die Geschichte von Abraham. Dass Abraham hörte auf die Stimme des Allerhöchsten. Das ist die Bedingung, ein göttlicher Mann zu sein. Wir nehmen unseren Maßstab anhand der Heiligen Schrift. Dann geht es in die Kindersetzung. Dann geht es um die Leitung der Kinder. 4. Furchtbar zu sein, ein Haus zu bauen, auf der Arbeit treu zu sein, ein würdiges Leben zu führen, Ehrbarkeit, ein Wesen zu haben wie Maschir, wenn wir zornig sind, dabei nichts zu sündigen, ein gerechtes Urteil zu richten, ein heiliges Leben, sich mit den Sachen zu beschäftigen, der Allmächtige möchte. Das ist, wozu wir berufen worden sind. Und wir wissen, dass es oftmals ganz, ganz schwer ist, weil wir kämpfen noch gegen das Fleisch. Und da müssen wir uns wieder ausstrecken zu heben, wenn wir merken, dass wir auch von dem Weg wegkommen, dass wir abtriffen. Ausstrecken, um seine Erlösung bitten, rufen und wieder zurückkehren. Egal, was wir jetzt gerade tun, wenn wir es wirklich reumütig bereuen, dann wird er uns vergeben und wird uns wieder auf den Weg bringen. Das macht er jeden Tag. Im Klagelieder lesen wir, dass seine Gnadengüter sind neu. Jeden Morgen, jeden Tag gibt er uns eine neue Chance. Eines Tages ist aber diese Chance vorbei. Wenn wir es hier verspielen, dann war es gewesen. Viele leben wirklich ein seichtes Leben, weil sie denken, das ist halt so, wie es ist. Weil ich rede davon, dass du wirklich, wenn du Neigungen hast, die böse sind, die verkehrt sind, dass du mit Schwitzen und Gebet und mit Weinen vor ihnen gehst und willst loswerden von dieser Sünde. Egal, was es ist. Egal, was es ist, lieber Freund. Ob es Pornografie ist, ob es Rauchen ist, ob es Trinken, ob es Trunken wollte zu sein, ob es unreine Gedanken, unreine Sprache, Wesenszüge, die nicht gut sind, und Geiz, Neid, Eifersucht, all diese Dinge, wenn die da sind, die müssen wir ständig vor Jeschua bringen und bitten, denn er trainiert uns leibhaftig. Er gibt uns wirklich Chancen, das zu trainieren. In der Ehe, wie wir in der Ehe sind, können wir uns einander unterordnen, können wir aufeinander achten, respektieren wir einander. Wie gehen wir mit unserem Arbeitgeber um? Sind wir ein Zeugnis dort? Wie sind wir in der Gesellschaft? Wie sind wir mit unseren Kindern? Gehorchen die uns? Sind sie gehorsam? Leiten wir sie in Gehorsamkeit? Dass sie nach der Bibel leben, wie der Allmächtige es sagt. Leben wir ein Leben vor in der Gesellschaft, wo Menschen sehen können, dass die gehören wirklich zu dem Weg. Ob sie dich anfechten oder ob sie dich loben müssen, ist eine andere Sache. Aber können Menschen das von uns, von dir und von mir sagen? Das ist da, wo wir uns befinden möchten. Also die Erlösung passiert erst am Ende der Zeit. Was haben wir vorhin gesagt? Es muss noch was passieren. Du kennst vielleicht den Festtag, der auf Hebräisch, das ist der heiligste Tag im hebräischen Kalender. Der heißt im jüdischen Yom Kippur und wir haben es heute übersetzt als der Versöhnungstag. Aber das ist nicht im Kern, was Yom Kippur bedeutet. Kippur kommt von der Wurzel Kapar. Das ist ein hebräisches Wort und Kippur heißt einfach Bedeckung. Besser noch übersetzt wäre Yom Kippur Tag der Sühnung. Versöhnung ist jetzt nicht schlecht übersetzt. Es transportiert die gleiche Idee. Aber noch besser ist Tag der Sühnung. Das ist da, wo die Sünden bedeckt werden. Denn erst zu Yom Kippur gibt es die Verherrlichung. Nicht vorher. Okay. Und Yom Kippur kommt erst nach dem tausendjährigen Friedensreich. Menschen werden erst verherrlicht, wenn Yom Kippur stattgefunden hat. Die Verherrlichung ist der Preis, den ein jeglicher davon trägt, wenn er ein heiliges Bedingung, haben wir vorhin gelesen, mehrfach, wenn er ein heiliges Leben führt mit Messias Jeschua. Mein Freund, du wirst viele Dinge haben in deinem Leben, die sind anders als bei den nächsten. Lass mir dir mal hier ein Vers vorlesen aus Psalm. Aus dem Psalm. Psalm 119. Dein Wort ist eine Leuchte für meine Füße oder meine Füßleuchte, welche Übersetzung wir da auch haben. Schau mal, was wir hier daraus lesen können. Psalm 119. Vers 105. Dein Wort ist meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Merkst du, was er gesagt hat? Zweimal das Wort mein, meines, meinem. Das Wort ist primär für mich da, um meinen Weg zu betrachten. Vielleicht hast du keine Problematik mit Lügen, aber dafür mit Geiz. Vielleicht hast du mit Geiz keine Problematik, aber dafür mit Alkoholmissbrauch. Alkohol an sich ist keine Sünde. Alkoholmissbrauch schon. Vielleicht hast du mit Alkoholmissbrauch keine Sünde, keine Probleme, aber hast dafür mit Pornografie Probleme. Und deswegen das Wort gibt dir die Antwort auf dein und auf meine Lebenssituation zu sagen, wo stehe ich gerade? Ist mein Wesen, entspricht es den Messias? Natürlich sind wir Individuen und jeder hat eine Persönlichkeit bekommen. Wir sind keine Marionetten. Der Allmächtige möchte von uns freiwillige Menschen haben, so wie bei der Ehe, es ist freiwillig zwischen Mann und Frau, nicht Zwangsheirat, das gibt es in der Tora nicht, eine freiwillige Ehe zwischen Mann und Frau, denn diese wichtigste Beziehung auf der Erde soll, laut Epheser Kapitel 5, die Beziehung zwischen Messias und der Braut, das heißt, seine Gläubigen, seine Gemeinde repräsentieren. Und dies deutet, dass so wie in einer Ehebeziehung, die ja zusammenkommt, basierend auf die Freiwilligkeit zwei Menschen, ist auch die Beziehung zwischen Messias, Jeschua und seiner Gemeinde freiwillig. Die nähern sich freiwillig. Jeschua hat alles gegeben, hat sein Wort gegeben, sein Blut gegeben, uns die ewige Verheißung gegeben, dass er sich nicht verändern wird. Er wird uns erlösen, wenn wir halt mitmachen und die Braut macht es freiwillig. Die kommen eines Tages zu der Hochzeit zusammen. Auf dem Bauung Kapitel 19 lesen wir, dass die Braut hat sich bereit gemacht für die Hochzeit. Das heißt, es gab bis jetzt noch keine Hochzeit, es gab bis jetzt noch keine vollendete Braut, bis jetzt wird keiner erdrückt werden, um eine Hochzeit zu feiern in den Himmel, liebe Freunde, das ist wirklich absoluter Nonsens, was heute gelehrt wird. Die Hochzeit passiert am Ende des Zeitalters, wenn die Braut verherrlicht ist. Jeschua nimmt eine Braut, die so ist wie er und er ist verherrlicht und er wird seine Braut zuvor verherrlichen, wenn sie reingewandelt ist. Die, die reingewandelt sind, sind die, die seine Braut sind, nicht die sagen, ich glaube an Jesus mental und ich glaube daran, wenn man das Jahr 2015 heißt, er ist vor 2015 Jahre gestorben, ja, daran glaube ich und das ist das Element, was genügen soll, um in die Herrlichkeit einzugehen. ist nicht der Fall. Ein heiliges Leben durch die Vergebung der Sünden, durch die Reinigung der Sünden und durch die Kraft des Geistes, das sichert in der Tat die Erlösung. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann werden wir eines Tages verherrlicht werden. Und da wir jetzt warten, darauf verherrlicht zu werden, kämpfen wir und streben danach, ein heiliges Leben zu und in die Wald ist nicht in ihm. Das heißt, wir sündigen noch. Manchmal machen wir Dinge, die verkehrt sind, aber es reut uns. Wir gehen vor Gott und sagen, Herr, ich möchte das loswerden. Gib mir Kraft, Tage abzusondern, um zu fasten, um zu Lobpreisen, um dein Angesicht zu suchen. Ich bin fern von dir. Ich muss mehr auf dich vertrauen. Es bedrückt uns, aber wir leben nicht in der Selbstgefälligkeit, dass die schon in Ordnung sei, weil wir eines Tages den Namen Jesus in den Mund genommen haben, dass er unser Leben kommen soll und unser Herr sein soll. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass wir erlöst werden, die Verheißung haben, ewiglich zu leben mit dem Allmächtigen Gott, einen verherrlichen Leib zu bekommen, wenn wir an ihn glauben und in diesem Weg der Heiligung auch bleiben. Es ist Hoffnung da, es liegt an dir und mir, mein Freund, diese Hoffnung zu greifen mit beiden Händen und zu sagen, wir möchten halt in die Helligkeit. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Person, die ich sehr schätze. Diese Person fragte mich, was ist denn hier mit der Lösung und was genau bedeutet das? Und da waren Zweifel da und ich habe gesagt, ich möchte dir eins sagen, was ein jeglicher macht, ich weiß es nicht, aber an dem Tag, wo ich begriffen habe und ich habe die Gnade empfangen von dem Allmächtigen, von unserem himmlischen Vater, dass die Chance jetzt da ist, die Erlösung zu bekommen, die Vergebung der Sünden zu bekommen, ein neues Leben geschenkt zu bekommen, um eines Tages in die Herrlichkeit mit ihm leben zu dürfen, habe ich es mit zwei Händen gegriffen und habe mich daran festgehalten, das war meine Antwort, ich weiß nicht, was du denkst, ich weiß nicht, was du sagst, aber das Wort ist eine Leuchte für deinen Weg, das Wort leuchtet deine Füße, leuchtet meine Füße und das ist meine Ermutigung an dich, greif an ein heiliges Leben und sei sicher, dass es aus der Beziehung kommt zu Jeschua, dass wir Werke tun, weil wir gerecht werden wollen, sondern wir sind Erlös und tun Werke laut Jakobus als Beweis dafür, dass wir in der Tat den Glauben haben und auf die Erlösung eines Tages warten. Ich hoffe, dass dieser Abschnitt für dich Sinn gemacht hat. Möge der Allmächtige die segnen, die Kraft schenken, ihn mehr mehr zu suchen, ein heiliges der Allmächtige wird es schon sehen und belächeln, dass sie in der Sünde leben. Der Allmächtige ist zornig darüber. Er versteht keinen Spaß, hat das Blut seines Sohnes gegeben, er möchte dich sehen am letzten Tag, das Zeit da, und das die Zuversicht, er ist immer da, er wartet, er möchte erlösen, er ist der gute Hürde, er ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit, ich kann dir Zeugnis geben, noch und nöcher, ich kann ihn preisen und loben, er hat viel getan in meinem Leben, das möchte mit dir teilen, aber nehme es ernst, nehme es ernst, lieber Freund, er möchte dich erlösen,